Die Soldaten brachten ihn in den Hofen vor Hüntlin als König der Jugend. Hier, das ist der Mantel eines Königs. Sag voraus, was mit dir geschehen wird. Willst du uns erretten, großer König? Willst du uns erretten? Vor was will er uns erretten? Der war auch mit Jesus zusammen. Frau, ich kenne den Mann gar nicht. Ich habe sie zusammen gesehen. Deine unterwürfigen Diener. Wie gefällt es dir, zu jemandem aufzusehen? Du gehörst auch zu ihnen. Nein, Mensch, ich nicht. Der war ganz gewiss auch mit Jesus zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Ach, geh weg! Was redest du? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Da wandte sich Jesus um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Vielen Dank.